Glaubst du, dass du dich um die Ökologie des Planeten sorgst? Du nimmst Papiertüten anstelle von Plastik. Du pflanzt Bäume bei Firmenveranstaltungen. Verantwortungsvoll trennst du den Müll. Du steigst auf Elektroauto um und du bist stolz darauf, dass die Welt zur Nutzung der alternativen Energiequellen übergeht. Hilft das? Siehst du eine Verbesserung, wenn du aus dem Fenster schaust? All die vermeintlich ernsthaften Maßnahmen, die wir zur Verbesserung der Umwelt ergreifen, sind nur eine Seifenblase. Die Realität sieht so aus, dass sich die Mülldeponien vergrössern, die Fabriken nicht weniger werden und die Abholzung der Wälder katastrophal zunimmt. Was können wir tun, mein Freund? Wir gönnen vieles. Wenn wir unser gesamtes menschliches Potenzial für die Zukunft vereinen, können wir unsere Welt verändern und ihr Wollergehen sichern. Schliesslich ist dies unser Zuhause und unsere Verantwortung. Schließe dich dem Projekt Kreative Gesellschaft an. Unsere Stärke liegt in der Vereinigung. Unsere Stärke liegt in der Vereinigung.